Hallo zusammen, hier ist wieder heutzutage und freut mich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es nämlich um die Mounts aus den Inselexpeditionen. Und zwar will ich euch zeigen, aus welcher Kiste man was für einen Mount rausziehen kann. Wer sich jetzt fragt, Inselexpeditionen, Mounts, Kisten, keine Ahnung, ich erkläre es kurz. Und zwar, es gibt ja seit Anfang BFA das Feature mit den Inselexpeditionen. Und da hat man am Ende immer Loot bekommen und da sind halt auch einige Mounts dabei, die relativ selten sind. Mit 8.3 hat Blizzard Händler eingefügt, beziehungsweise einen Händler bei der Ernst, einen Händler bei der Horde, bei denen man Kisten kaufen kann und in diesen Kisten können halt die Items aus den Inseln drin sein und dementsprechend auch die Mounts. Seit die Leute die Mounts haben wollen und sich immer nicht sicher sind, okay, welches Mount kann jetzt aus welcher Kiste drin sein, will ich das einmal erklären, wurde ich öfter gefragt und ja, machen wir mal ein kleines Video. Übrigens zu der Thematik habe ich schon mehrere Videos gemacht, aber jetzt hier mal noch die genaue Erklärung, wo was drin ist. Wo sind die Händler? Einmal finden wir sie hier in Boralos, den Allianz-Händler bei 66.32. Und dann einmal haben wir für die Hordler natürlich auch einen Händler in der Saalor. Und zwar befindet er sich hier unten auf den Koordinaten 44.94. Was für Mounts gibt es sich zu erspielen? Und zwar geben wir hier mal Insel-Expedition ein. Wir haben einmal hier die auferstandene Stute, das ist so ein nettes Skelett-Mount. Dann haben wir eine schicke Fledermaus, so ein bisschen im, ja, ich würde sagen Türkis gehalten, die Gischqualle. Dann haben wir eine Insel-Donnerschuppe, da gibt es ein ähnliches Model ja schon von den Valadjar, waren das glaube ich, in Rot. Und jetzt hat man das Ganze halt nochmal so ein bisschen lila gehalten. Dann einen Klippenhorn-Springer, dann ein Papagei mit rechts hier, die grüne Variante aus Freehold gibt es hier zum Beispiel auch eine rote Variante. Dann haben wir einen schicken Quielen, da gibt es ja mittlerweile auch ein paar mehr. Im Tal kann man sich ja mittlerweile ein paar von Rearmobs holen. Dann haben wir hier, ja, so einen Elch und noch einen Zwielichtstrachen, ein bisschen abgewandelte Variante. Sieht so ähnlich aus wie die von Sartarion 3D, da hat man ja damals auch Zwielichtstrachen bekommen. Genau, das war dann soweit die Geschichte mit den Mauns, was man holen kann. Und jetzt schauen wir uns mal an, aus welcher Kiste wir was rausbekommen. Man kann das nämlich immer so ein bisschen rauslesen, wenn wir jetzt hier drüber fahren, zum Beispiel hier, Bergungstrühe von Fördenwald. Und da sind jetzt Güter drin von wilden Worgen, Diener der alten Götter, dann dunkle Totenbeschwörer und ja, Bewohner Insel von Gilneas quasi. Was kann da jetzt drin sein? Nein, naja, wilde Worgen kann man noch nicht reiten, alte Götter kann man auch nicht reiten, noch nicht. Aber Totenbeschwörer hört sich ja so ein bisschen nach Undead an. Und was ist Undead? Natürlich dieses Undead-Mount, ne? Dementsprechend kann es da droppen. Das sind jetzt so Sachen, die man hier schon mal rauslesen kann. Oder zum Beispiel, was haben wir hier noch? Trox, Kobolde, Neruba und zerklüftete Inseln in Norden. Also ja gut, da lesen wir jetzt nicht viel raus. Aber es gibt natürlich schon Leute, die da alle zusammengesucht haben, wo was rauskommt. Und da gibt es eine schicke Übersicht, auch unter anderem bei WoW Head. Und dementsprechend kann man sich da schon mal einiges angucken. Wir haben jetzt das Erste, ist die Fledermaus. Und diese Fledermaus, die kann anscheinend in allen Kisten drin sein. Die kommt auch relativ häufig. Dementsprechend, wenn ihr die Fledermaus noch nicht habt, könnt ihr alle möglichen Kisten aufmachen. Bleibt sich gleich, die ist überall drin. Dann die Insel, Donnerschuppe. Die kriegen wir aus drei verschiedenen Kisten. Und zwar Bergungsgut von Jondal ist das Erste. Und da steht ja auch dran, Sturmdrachen, seht ihr schon. Und scheuen Sturmdrachen, bewohnten Inseln. Ja, also hier steht es schon im Text drin. Dann Bergungsgut aus den Faulenden Morass. Da steht nichts mit Sturmdrachen dran. Ist anscheinend trotzdem drin. Hätte ich jetzt nicht gedacht, tatsächlich persönlich. Und dann hier Bergungsgut von Wappenfall. Da soll es auch drin sein. Und ihr seht hier, da steht was mit Zwielichtstrachen und Piraten drin. Hier werden wir ganz sicher Krechts und auch noch dementsprechend den Zwielichtstrachen rausbekommen können. Also sprich, diese Bergungsgut von Wappenfall scheint eine sehr giebige Kiste. Und natürlich auch die Mounds, die in allen Kisten drin sein können. Wichtig ist zu wissen, es gibt halt Wildtiere, wo quasi die Fledermaus dazugehört, wo hier der Elch dazugehört, wo dementsprechend der Klippenhornspringer dazugehört und auch die Qualle. Die sind tatsächlich in allen Kisten drin, weil die auch theoretisch auf allen Inseln vorkommen können. Da sind manchmal auf den Inseln nur zwei, drei Mobs davon, aber die sind auf jeder Insel. Und dementsprechend können sie auch in den Kisten von den Inseln drin sein. Genau. Dann schauen wir uns die Auferstandene Stute an. Die ist nur in der Kiste von Föhrenwald drin. Also wenn ihr die wollt, dann müsst ihr die Föhrenwaldkiste euch besorgen. Dann, ja, wie ich schon gesagt habe, der Elch, der ist in jeder Kiste drin. Also den wird er zwangsläufig, wenn ihr auf die anderen gambelt, mitbekommen. Dann den Zwielichtsrächer, den haben wir in dem Bergungsgut von Jürmdahl drin. Den hatten wir ja oben schon. Dann Bergungsgut aus dem faulenden Rast, den hatten wir ja, glaube ich, oben auch schon mit dabei. Und dann Bergungsgut von Wattenpfahl, den hatten wir oben auch schon dabei. Also der Zwielichtsdrecher und die Inseldonnerschuppe scheinen anscheinend in diesen ganzen Kisten überschneidungsmäßig drin zu sein. Und hier haben wir aber dann noch Bergungsgut aus dem tiefgrünen Wildnis oder aus der tiefgrünen Wildnis so rum. Also da kann es auch noch drin sein. Dann haben wir die zwei Mauns über die Münzen. Die können wir uns schon relativ lang kaufen, da werden wir jetzt nicht drauf eingehen. Die Gischqualle und der Klippenhornspringer sind in jeder Kiste drin. Und dann haben wir jetzt noch den Quielen. Der Quielen, der ist in der Bergungskiste von Ketten des Schreckens drin. Bergungsgutkiste, dann haben wir hier noch vom Schneeblütendorf, da ist er auch noch mit drin. Und das letzte haben wir noch Ruinen von Ungol, da haben wir ihn auch noch mit drin. Das überschneidet sich tatsächlich jetzt hier nicht mit den oberen Kisten. Das letzte, was wir haben, ist dann Krechts, der ist quasi in der Kiste aus dem faulen Morass drin. Dann haben wir wieder Wattenpfahl und Yondal. Diese Kisten scheinen schon relativ ergiebig zu sein. Wenn ich jetzt überlege, da sind erstmal in den Kisten drei von den Mounts drin, die quasi in bestimmten sind. Und dann haben wir noch die vier anderen. Dann sind quasi nur zwei Kisten, die man nicht zum Beispiel aus der von Wappenpfahl oder Morasskiste rausbekommt. Also das sind auf jeden Fall die Kisten, die ihr priorisieren solltet. Und ja, dann erst die anderen. Denn die Marken für die Kisten sind natürlich in gewisser Weise limitiert, denn ihr müsst sie über die Inseln farmen. Und da werden wir jetzt auch noch mal ein bisschen drauf eingehen. Also soweit die ganzen Quellen. Jetzt schauen wir uns natürlich an, was kosten die Kisten und wo bekommen wir die Marken her. Wir haben verschiedene Kisten. Die epischen kosten meistens hier 175, die blauen 120 und die kleinen 75. Ihr habt gerade gesehen, die meisten Mounts sind in den großen Kisten drin. Manche können aber auch in den kleinen droppen. Macht es Sinn, die kleinen aufzumachen? Ja, wenn ihr einen Mount nur noch braucht, was in den kleinen auch drin sein kann, dann macht es Sinn, weil sie halt weniger kosten. Die Drop-Chance soll anscheinend dieselbe sein. Ihr habt aber gesehen, in den großen Kisten können eine Vielzahl an Mounts drin sein. Und dementsprechend ist es doch einiges ergiebiger. Ich persönlich habe jetzt fast nur 22.000 Münzen. Ich hatte vor den Kisten dementsprechend schon die ganzen Mounts gehabt, bis auf eins, glaube ich. Dementsprechend konnte ich das leider nicht auf dem PTR oder auch hier auf dem Live-Saber testen, wo was drin ist, weil die Mounts droppen nicht mehr, wenn man sie schon gelernt hat. Wenn ihr die nur im Inventar habt, droppen sie noch. Wenn ihr sie schon gelernt habt, droppen sie nicht. Deswegen kommt das Video jetzt relativ spät, weil ich mich halt auf die Daten von anderen verlassen muss und ich es nicht selber testen kann, dadurch, dass ich halt vorher schon so fleißig war und mir die Mounts gefarmt habe. Ihr könnt natürlich selbstverständlich die Mounts in den Inseln auch noch farmen. Solltet ihr jetzt noch gar keinen Mount haben, würde ich euch empfehlen, dass ihr erst einen Haufen Inseln macht. Übrigens die mythischen Inseln bzw. PvP-Inseln, die haben die höchste Chance, Items zu droppen und bringen euch auch die meisten Münzen. Heißt, es wäre vielleicht Sinn, wenn ihr noch gar keine Mounts habt, erstmal einige Inseln zu laufen. Eventuell kriegt ihr ja schon beim normalen Inseln laufen eins von Mounts und die restlichen, wenn ihr dann viele Münzen habt, könnt ihr dann in Truhen investieren. Müsst ihr halt ein bisschen taktisch schauen, wo am meisten drin sein können von denen, die euch noch fehlen, die ich ja eben gezeigt habe und da dementsprechend die Kisten kaufen. Wichtige Randinformation, es sind jede Woche andere Kisten da, also es sind nie alle Kisten da und dementsprechend müsst ihr immer eine Woche warten, bis das wieder switcht. Also mittwochs ist ID Reset und da dementsprechend switchen auch die Kisten. Und ja, lieber ein bisschen länger warten und die richtigen Kisten holen als bei falschen oder wo jetzt nur eins drin sein kann, lieber auf eine Kiste gehen, wo vielleicht dann drei oder vier Mounts gleichzeitig drin sein können. Genau, das waren alle Daten, die ich euch geben konnte. Ich werde euch hier das nochmal verlinken mit den Mounts hier auf WoW-Head. Die Übersicht ist tatsächlich ganz gut. Und ja, damit wären wir soweit durch mit dem kleinen Video. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, gerne damit in die Kommentare. Euer Tila, bis zum nächsten Mal. Ciao.